In den 70er Jahren kam der TSV Nikolaus zu uns. Helmut Becker war der Initiator und steckte auch im Kostüm. Knecht Ruprecht folgt und die Engel sind geblendet. Man kam ja schließlich aus der dunklen Nacht auf einer dekorierten T2 Pritsche daher gefahren. Der Respekt vor Nikolaus war offensichtlich recht groß. Die Leviten wurden anständig gelesen. Angesichts der acht so braven Kinder können sich die Mütter kaum noch zurückhalten. Doch siehe da, Knecht Ruprecht waltet seines Amtes und muss noch seine Rute schwingen. Ja und auch der Jüngste und sicherlich Präfste wird noch mit den passenden Worten bedacht. Ja und jetzt soll er wahrscheinlich auch noch bessere Onkelhoop. Und schließlich bekommt dann doch jeder noch ganz versöhnlich sein Nikolausstiefel und weitere Süßigkeiten. Ja und weil auf Nikolaus Mobil wohl ein kleinerer Schaden entstanden ist, muss sich der Nikolaus hier schon im Hausgang wohl wenig zügiger verabschieden. Ja. 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 Ja.